Da muss ich mir gleich nur das andere überlegen, dass das da reinkommt. Solange wir Hight-Vortage-Cable machen, darin ist es eben einprogrammiert. Das muss ich mir neu im Hinterkopf behalten, dass das ist. 16 Stück. Dankeschön. Dann mach doch mal weiter. Und den Rest hole ich mir auch nachher, aber ich schmeiße die einfach ins E-System. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich hasse dieses Rumjumpen hier. Können wir die mit denen verbinden? Das wäre... Okay, das glaube ich funktioniert. Ich glaube, das funktioniert. Denn die unisoliert machen sehr viel Damage. Was brauchen wir denn? Kabel. Ich glaube, ich brauche die, die, die und die nicht mehr, aber das andere brauche ich noch. Kabel, die bauen wir. Und... Ich würde sagen, vielleicht doch ein paar isolierter. Das heißt... Wappa auf jeden Fall. Ruba. Ne. Was ist denn das mit dem? Oder war das nur ein? Okay. Wir machen mal... Keine Ahnung, wie viel Isolierte machen wir denn? Wir machen mal zehn Stück. Zehn Stück so und zehn, fünf, sechs, unisolierte. Das sollte reichen. Ja, dann will ich ganz stark tippen. Ähm. Dann nehmen wir irgendwas, was Strom verarbeitet an dem Punkt. Das wäre... Was wäre es denn zum Beispiel? Was einfach nur was herstellt? Eine Ju-Ju-Meter-Fabrik. Wäre richtig. Äh. Du könntest doch wieder einen Stromkreis einspeisen. Wäre auch richtig. Was bauen wir denn? Was irgendwas, was Funktionen hat? Was wird Strom dauerhaft braucht? Äh. Moment. Solar. Ich muss was... Ich würde was gerne ausprobieren. Wenn ich Solar nehme, der das da durchjagt, crafte mir mal eins. Gucken, wie lange der für braucht. Hm. Das wäre ja die optimalste Lösung. Jagen wir mal Solarstrom da rein. In die Anlage. Gucken wir mal eben. Ähm. Jetzt brauchen wir einen Momentchen. Wir können es ein bisschen vorbereiten. Wir können auch schon mal andere Pipes legen. Wir können das andere vorbereiten. Ist das da fertig? Dauert es ja eh noch. Und das muss ja auch noch eben hier irgendwo hin. Das war... Da ist es. Da ist es. Jetzt hat ja wohl um sogar keine blöden Hühner. Ähm. Items. Äh. In Inventory. Dann. Puls. Sollte der können. Normalerweise müsste das funktionieren. So. Naja. Hier können wir eigentlich wieder die isolierten Kabel nehmen. Zack. Wir wollen, dass das so funktioniert. Äh. Ich lasse noch vorher oben hier offen. Jage dann von draußen. Weil die beiden Kabel, die sich ja nicht verbinden, sondern nur mit dem hier, mit dem Wettenheit-Kabel. So, wenn das funktioniert. Hier, das ist der Oberhammer. Und bauen dann auf anderen Seite... Was braucht man denn da jetzt hin? Ja, da müssen die beiden Maschinen betrieben werden. Stimmt. Die können wir doch darüber betreiben. Das heißt... Der. Insert. Äh, Insert auf jeden Fall. Insert. So. Stroke Kabel. Da können wir dann eigentlich hier so lang führen. So. Gehen wir hier einfach wieder rein. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber was man dahinter nicht sehen kann, ist einfach... Die ganzen Maschinen hier werden ja eh nach dem Block wieder vollgepackt. So, dann sollte er jetzt... Das ist... Sollte funktionieren. Nenne ich Insert, dann muss ich Extract, ne? Ja. Extract. Der geht hier da unten rein. Und da wird immer Strom brauchen. Müssen wir vielleicht noch was anschließen, was dauerhaft Strom verbraucht. Das ist auch so eine Frage. Oder man jagt zwei Komponenten durch. Man jagt... Ähm... Den Windparkstrom da rein. Und jagt ihn wieder raus. Könnte man auch nutzen. Zwei Deserts oder so. De... 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 Jetzt hör auf, dass mein... Flämpchen on? Mein Solarpanel jetzt für die ist. Ja, ist da. Das funktioniert. Gibt's Chicken Wings. Dann gibt's Chicken Wings. Ich weiß nicht, ob da unten Strom ankommt. Nö. Strom... Kommt nicht an. Der füllt nur, ne? Der füllt nur, ne? Ähm... Ähm... So machen. Extract. Ich schau mal, ob er davon Damage kriegt. Nie kein Damage. Haben die es weggemacht? Ist nicht wahr. Da muss man da mal Damage von bekommen, wenn der Strom durchgeflossen ist. Aber das hat mir eine ganze Konstruktion auseinandergebracht. Die war eigentlich ganz gut. Ich fand die ganz geil, die Idee. Mist. Jetzt brauchen wir was anderes. Einen Hühnchen-Killer. Jetzt brauchen wir einen Hühnchen-Killer. Nein, mein Factory, ne? Mein Factory. Was haben wir denn? Ein Sertilizer. Blockbreaker. Weather. Sludge. Jackdoor. Ne, ne. Grinder. Grinder, Grinder, Grinder. Grinder, Grinder. Grinder, Brinder. Wir bauen einen Grinder. Wenn das nicht funktioniert, ne? Ich dachte, das hätte super schön klappen können. Schön High-Voltage-Trom in die Küken reinjagen. Aber wenn sie will, will's nicht. Äh, Grinder. Mir fehlt nur das Inva-Schwert. Das ist kein Problem. Davon habe ich hergestellt. Tausend Stück. Den einen Tag, weil mir Inva gefehlt hat. Weil ich ein bisschen vorbereitet habe. Was habe ich denn gebaut? Da war... Was war das denn? Komm ich nicht mehr drauf. Auf jeden Fall. Irgendwas wichtiges, glaube ich. Äh, okay. Bisschen ärgerlich. Aber macht nichts. Das macht auf jeden Fall nichts. Das verbraucht man dann mal die andere Tage. Ja, tschüss. Bödes kleines Küken, du. Ähm. Ähm. So, jetzt bin ich das wieder eh. Hier zubauen. Äh, Grinder. Dann gibt's halt den Grinder so rum. Und das sollte klappen. Und das sollte klappen. Braucht der noch? Der braucht Energy, Works und Dissens, die wir abpumpen. Warum ist der denn voll? Das weiß ich grad gar nicht. Da kommt ja an sich ja gar kein Strom. Äh, Solarpanel. Aber mir ein bisschen die... Das hat mir erst gerade ein bisschen traurig gemacht mit dem Ding. Naja. So, noch gucken, dass wir den... Grindr angeschlossen bekommen. Aber ich glaub, das sollte nicht das Problem sein. Äh. Insert. Den Rest haben wir dann soweit, ne? Da müssen wir nur hier das ein bisschen weg ändern. Ändern. Dann reicht das ja schon. Stimmt. Das Ding da noch ankleben. Extract. Das ist ja schon. Whip. So, Brot. Jetzt fehlt noch die Mayonnaise. Ich würde jetzt noch gerne... Jetzt kommen die sowieso angeflogen. Warum macht der denn keine... Pull. Output. Die Mayonnaise haben... Jetzt haben wir es falsch gemacht. Pull in. Pull out. Ach. Halt Stub. Aber glaub ich auch die Items auf der anderen Seite. Zack. Das gleiche gilt dann hier. Mayonnaise. So. Ein Brot. Damit wir das erste Sandwich haben. Zack. Wie viel bringt das denn? Keine Ahnung. Bringt auf jeden Fall mehr als zwei Herzen. Ähm. Da fällt gerade was ein. Wir müssen was ändern. Und zwar müssen wir ändern. Mal kurz wieder runter packen. Und zwar die Itempipes müssen wir ändern. Dann. Disabled. Extract ist richtig. Er braucht noch zwei Filter. weiter. Und hier muss gerne was drauf. Und hier muss gerne was drauf. Ah. Da können wir so einen Block nehmen. So einen gecoverten. So. Ähm. Denn. Wir müssen die Federn raus. Schmeißen. Hier hätte ich doch noch Glas. Ich nehme mal erst einmal davon eins. Und vielleicht zwei von den anderen. Dann haben wir es ausgeglichen. So. Ich will nur hoffen, dass das funktioniert. Äh. Jetzt brauchen wir noch zwei Filter. Und ich brauche noch einmal das Zeug. Äh. Ist die Frage. Ja. So stört die da hinten. Ähm. Wie glitsche die denn da raus? Warte. Ich muss direkt. Wie. Ach. Komm. Kannste. Da will man Leertaste. Doppel Leertaste drücken zum Fliegen. Geht nicht. Willst du Doppel Leertaste drücken zum. Abstürzen. Geht auch nicht. Ähm. Filter. 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 Und. Wir brauchen jetzt einmal nochmal Chicken. Und. Wie heißt denn? Fade auf Englisch. Komm nicht drauf. Äh. Äh. Ich gebe mal kurz Error ein. Vielleicht komme ich da drauf. Ne. Ja. Schön. Dass ich da nicht draufkomme. 1005. Weil die Federn können wir eigentlich vernichten. Einen Filter. Reicht da einer? Ich will es hoffen. Ähm. Muss ja eben was schauen. Der Grindr von hier. Und zwar von der Position. Ich kann glaube ich hier rein. Da. Die Pipes da unten. Ich freu mich ganz stark. Pumpt er die Pipes dann auch raus? Eigentlich ja. Mal müssen wir das eigentlich wegpumpen können. Ich vertraue dem ganzen Zeug mal. Weil ich es ja gebaut habe. Ja. Ist alles so misstrauisch. Hab ich hier noch. Das war jetzt mein Handy. Das hat sie jetzt verabschiedet für den ganzen Tag. Wir haben es jetzt auch schon. 2 Uhr. Nehmen wir den Selsa später auf. Das ist es mal. Äh. Deh. 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 Ja. Der füllt sich jetzt nach und nach auch auf. Weil der auf anderen Seite ja voll ist. Gut. Mh. Dann nehmen wir die Itempipes. Itempipes Filter. Und die noch. Das heißt die Flüssigkeit pumpen wir eigentlich ins System rein. die von da ausgeht. Ähm. Extract. So. Und dann. Die. 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 spiel drückte doppel leertaste oder lass es sein red brett sticks bret peter moment hätte er gedacht dass sie die taste vorher nicht mehr gedrückt habe aber sie gerade ich hab's kurz nicht richtig gemacht haben wir noch einen mixer da pan harvest das sind noch scheiß dinge juicer okay juicer haben wir noch ich brauche noch einmal mayonaise zum filtern ich mag das spiel so filter filter wir nehmen jetzt alle mit rein mit dir brauche ich gar nicht das hätte sehr sehr gut kommen können mit der high voltage wäre ein bisschen exotischer geworden für eine aufmachung jetzt haben wir das halt so der filter mario brot das baum alles ja und da kommt es dann gleich in die kiste da rein überhaltsamer so und der andere es kommt dann hinten rein mal schauen wir könnten uns eigentlich noch eine pinke ender chest machen das machen wir eine pinke ender chest und ja das andere machen wir damit Pipes direkt also ender chest aber wir wollen jetzt erstmal pink pink haben wir tut die früh pink und ender chest zack pinke wall rein optimal dann kriegen wir das auf jeden fall hin dass es läuft zack insert und zwar mit filter die dinger priorität 1 brauche ich nämlich nicht kann ich mir noch herstellen im notfall so jetzt müssen wir das andere zeug über die etagen einfach hinbekommen ich würde einfach ganz schlimm sagen warte warte wir machen halt einfach so jetzt hier ich stocke irgendwo das ist eigentlich gar nicht schlimm so da rein so jetzt müssen wir die beiden davon noch nicht verbinden das wird tödlich so insert da rein äh was ich gern machen würde wäre einmal kurz geht das wir packen den mal kurz drauf machen extract Perfect.